es gibt schaden repariere mich auf jahren wird hoffentlich nicht zum tragen kommen auf jeden fall wichtig danke ich starte rechts wo bist du das ist richtig dumm du bist eigentlich zehnter du bist eigentlich garantiert eingesperrt irgendwie aber jetzt vorne ein klick und hinten zwei glaube ich mal ich habe so gelassen aber bitte sagt mir nicht dass du auf minden bist bitte sagt mir nicht dass du alle auf minimal hast da musst du schnell rein wenn es regnet weil deine harz natürlich eh schon kaum temperatur haben mir sagte gerade fünf minuten das regen ich meine das ist auch noch geil wahrscheinlich sagt er gleich 15 minuten oder so ich habe komplett die plot verloren in qatari hat nila zum ersten mal in dieser saison schön für den schon gewonnen jawohl jawohl viel erfolg gleichfalls abgebremst und platz gemacht nein es bin kein schaden nein mich nein nein es ist 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 Mein Bruder hat Internetseignale. Wer hat Internetseignale? Levy. Wer hat Internetseignale? Wer hat Internetseignale? Wer hat Internetseignale? Wel homeland? Wer hat Internetseignale? Wer hat Internetseignale? Wap skeleton Websterite ganze Нуle Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Oh Mann. Weil Levi sich vor mir dreht. Werde ich in die Mitte gezwängt? Nein. Okay, we're going to take the car away from rain now. Okay, I'll keep you updated as conditions are changed. Na ja, keiner noch im Regen muss was passieren. We're going to take the car away from here. Gott. Update. Untertitelung des ZDF, 2020 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 92 Grad geht noch Ich glaube, man lässt gleich nach ZDF, 2020 Ich habe eine Verwarnung Ich habe eine Verwarnung des ZDF, 2020 Ich glaube, die nächste Vielleicht sogar diese Weather Report Ich habe eine Verwarnung des ZDF, 2020 Ich habe eine Verwarnung des ZDF, 2020 Damit bin ich am laggen oder so Kommen wahrscheinlich gut an Keep current Ja, ich habe auch eine Warnung, weil ich anders hier von den Cops Sind auch mehr Tropfen Ich weiß nicht, vielleicht muss ich sogar noch mehr von Flügel mitnehmen, aber ich lasse es erstmal so Ich glaube, diese hätte man schon, aber ich bleibe Da außen Ja, da ist es Dumm, ich wollte gerade reingehen Überlebt Aber sind fast alle draußen, also Aber klar, dann hätte sich das vielleicht ausgezeugt gemacht Prozente nehmen wir mit Hier steht einer, Norman Zwei Einer mit Quersteher Illegal Overtake Fahr weiter Ich glaube, er hat auch einen Ne, ich habe ihn durchgelassen Ich glaube, das wäre Ich weiß nicht Er sagt mir, Medium ist Alternative Hä? Ich gehe einfach mal an Lol Daniel fährt bei mir KI Ah, okay Fährt immer KI Alter Wahrscheinlich Deuter Aber Frontend war gerade Ja Nicht vorhanden Der Vorteil ist, das musst du natürlich nicht Double stacken Also doch, aber Ne? Ja, da Minimal Pack mich so ab Komm jetzt zwar weiter hinten an die Box Aber scheiß drauf 0,4 länger Also Also Bitte noch in Ordnung There's a maniac on the racetrack Tobi Tiger of mediums Bro wollte nicht Double stacken Da wird es so rein Spawn, ich glaube es nicht Wow Ich trau mich gar nichts mehr Nach dem Stim Sam Oh Gott Nein Alles gut Ich hab Flügelschaden Oder ich hab für eine Millisekunde aufs Delta gekocht Und da bleibt stehen geführt Da kann die nichts machen Also Schwierig Ich liebe es Der wird geparkt Wieso gehen die jetzt alle noch mal rein? Nee, gehen ja gar nicht alle rein Nee, er war noch nicht drin Und ich muss ja noch mal rein Weil Ja Bringt das was, dass die Finziale ist hochzustellen hier reden? Minimal Ja Besonders Trebsonstellen Also nicht so schnelle Kurven Up to speed now Let's get some heat into those tires Das ist ja Untertitelung des ZDF, 2020 Ghost Rider, drei Sekunden geholt. Einige mal drei Sekunden. Nicknock auch. Einige mal drei Sekunden. Wenn er einen sendet, also macht er wahrscheinlich nicht, aber sage ich, Vollbremsung, Ende von Maggits und Beckets ist schwierig. Aber macht er wahrscheinlich nicht. Glaube ich nicht. Wie wir da bist du? Ey. Versuch jetzt einfach doppelt so hart wie ohnehin schon mich rauszuhalten. Hast du dir auch 60? Mach das jetzt an. Ja, habe ich auch. Bin ich in einem Aktionen, weißt du nicht, ob ich lecker. Die ganze Zeit durchgehend Internet. Bin ich in einem Aktionen, weißt du nicht zufällig im selben Internet, oder? Nein, nein, ich bin gar nicht mehr, also letzte Woche war ich nur bei ihm. Weil er hat das Symbol halt auch. Ja, bei mir haben wir alle. Bei mir hast du nur du's. Hab ich? Ja. Leck ich denn? Nee, du bist grad nicht am Längen gewesen. Der Flo ist so dumm reingefahren, einfach. Ich bin jemanden reingefahren, aber wie gesagt, kommt unerwartet, wenn jemand von 200 auf 0 gefühlt, dann merkt er, dass man bei mir geht's wird, aber mach's nix. Ja, ich bin erstmal durch die Wind gefahren, die letzte Kurve, und er fährt hinten drauf. Alles ein bisschen wild hier aktuell. Geht's dann los? Nee, geht nicht los. Ah, geht da noch alles. Nicknock hat schon Bock. Green Flag. Zweite Warnung. . Okay, we've got plenty of energy. Use the overtake button and have a go. Come on, you can do this. Okay, we've got plenty of energy. Er hat jetzt weh angemacht. Oder eh schon an. Kann sein. 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 Okay, the incident's been cleared, let's get back up to racing speed, come on. Oh, I'm afraid to be given a time penalty for that last incident. Halb drei Sekunden. Mhm. Und auch um der Strecke runter, anders geht. Weiter. Cheers. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 jetzt wird der regner viel stärker ja schon seit ein zwei runden ja Mein Gott Ich habe probiert, abseits der Linie was zu machen, MoGrip Soll ich auf Web gehen? Wird das empfohlen? Mir wurde gesagt, dass es auf jeden Fall Web wird Noch nicht Man verliert ja auch noch viel Zeit, ne? Wobei, Web Report Hier rein Es ist schwer zu sagen, wenn die Flüge oder Wett sind, sind besser jetzt Die Straße ist klar, Green Flag Ah, das war der Ledgefuck. Wow. Was? Beim Rausaufschleunigen. Ah, na auch grad fast. Ich hab ihm eine Verwarnung geholt. Ich hab ihn mit ihm. 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 Er ist ein Wetter. intersand wetz will probably have very similar pace in the moment er sagt mir was von similar pace und ich verliere immer mehr nein er will die box und 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 We have a report. It's hard to say, my ass. We're catching the car ahead. Well done, but be aware, these tires need to get to the end of this race. The gap to your teammate behind is 17.2 seconds. I'm not sure about the rain. I don't know what you mean. I don't know what you mean. Oh, it's a safety car. I have three seconds. I'm going too fast, reduce your pace. And that's a safety car for two? One Runde? Okay. 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 And then, I have to say, oh, you are coming up to the rain. Klar, Bruder, ich bin ja so komplett drunken, es leidet einfach auf den Winter. Ich habe auch vier Sekunden verloren auf Martin, also drei. Das heißt, manche von denen... Naja. Jetzt noch mal in die Box, oder nicht? Und Abkrieg nach oben, oder? Na, ich bin eh auch 30, oder so, oder? What the fuck. Denk dran, wenn der Gab größer wird, hast du auch weniger Heckgrip. Ja, fertig. Ich mache mal einen, obwohl... Das ist so scheißtoff. Das Spiel gibt mir natürlich Inter. Das war unser letzte Stop. No more scheduled pitstops. Let's go. Das ist so scheißtoff. Das ist so scheißtoff. Die Schra craftsman. Das ist so scheißtoff. Ich würde... Aber das ist so... Ich bin, wie auch los. Have a report. Das hier ist so... Er ist so... Ich bin, wie auch hier ein bisschen... exakt nur seit reinkommen das vertikal oder warum sein glaube ja auch wenn ich ja Was nicht so wahr haben wir, oh mein Gott. Da rein! Ne, ist für mich eh vorbei, ich bin auf Inter wahrscheinlich, aber ich probiere es einfach jetzt. Alter, wieso bauen die nicht rein? Dann eine Warnung vor sechs Sekunden. Ich auch. Okay, clear. Ja, sauber. Ich liebe Schaden. Wo bist du? Fahr vorbei. Ah ne, du bist auf Inter, ne? Ja, auch kein Schaden, wo? Spärest du oder nicht? Kann nicht, bin blockiert. Probier es. Ich weiß nicht, bist du schneller als ich oder nicht? Du rutschst nur, ne? Ich bin auf Wets. Geht. Weil ich halt gerade offline gegangen bin. Egal, probier. Solange du nicht aufhörst, ist gut schön. Das ist Zeitstrafen. Das ist die 5. Widget. Ja, ich hab 3 Sekunden, die 5, dass ich den App erkenne. Also nicht. Spätschöne. Untertitelung. BR 2018 Okay, this is your final lap. Final lap of the race. Okay, focus. We need to stay on forward. Okay, focus. We need to stay on forward. Okay, focus. We need to stay on forward. Oh Gott. Ja, sauber. Fehler. Oh, und ich drehe. Oh nein. Cringe. We've only got two laps of fuel left. We've only got two laps of fuel left. Yeah, I'll be right back. Geil, das war super zum Abhaken, das Ding. Ja, man macht es uns echt nicht leicht. Alter, man macht es uns nicht leicht. Vor allem Tobi bleibt bloß, bevor wir stehen. Oh nein, Martin sticht. Ich steche bei Martin rein, bzw. ich war eigentlich schon vorbei. Er lässt mir no space. Ja, und dann halt das Game mit den Inters. Und bei dir halt das mit Naxx und den 50 anderen Sachen. Am Ende nochmal mit Levi. Ja, oh, oh. Hätte man das nicht vermeiden können. Ja, dieses, keine Ahnung, weiß nicht. Aber von den Standards von dich letzter Season noch ein bisschen cleaner. Aber warum machst du nichts? Ja, das war ja. Bis zum nächsten Mal.